Was ist der Hersteller von Zubehör? Mit anderen Schützen zusammenarbeitet, um neue Produkte rauszubringen oder auch einfach der Meinung ist, man braucht mal so ein bisschen Abwechslung in der Materialkunde. Ihr kennt ja alle die Speedmag 6.2. Das sind die gedruckten, einstellbaren Magazin-Pouches von Höppner & Schumann. Die sind im Großen und Ganzen ziemlich cool, weil sie extrem flexibel sind und an unterschiedliche Magazingrößen im Double-Stack-Bereich, hier der Double-Stack, eingestellt werden können. Es gibt die auch für Single-Stack-Magazine. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein CZ-Magazin als Double-Stack-Magazin und ein Glock-Magazin als Double-Stack-Magazin unterschiedliche Dicken vorweisen oder aufweisen, dann zeigt es mir, es ist eigentlich doof, dass ich für jedes Magazin ein anderes Pouch benötige. Da kommt dieses Magazin-Pouch eigentlich genau richtig. In Zusammenarbeit mit Stefan Rohhoff hat Tom Marzi, sprich Höppner & Schumann, eine aktualisierte Variante des Speedmag 6.2 herausgebracht. Und zwar die Speedmag 6.2 SR. Wo ist denn jetzt hier der relevante Unterschied zu dem normalen 6.2? Nun, wenn wir uns das 6.2 hier angucken, sehen wir, dass es hier im vorderen Bereich, also da, wo ich eigentlich mit meinem Zeigefinger zum Ziehen des Magazines rangehe, ziemlich geschlossen ist. Das ist ein bisschen unglücklich in dem Moment, wenn ich halt versuche, mit meinem Zeigefinger Kontakt am Magazin herzustellen, vorne an der Patrone, wenn ich das Magazin ziehe. In viel Fleißarbeit und viel, viel Trockentraining hat Stefan Rohhoff dieses Magazin-Pouch anpassen lassen. Und zwar wurde jetzt hier der vordere Bereich ausgefräst und ausgeschnitten. Und damit habe ich die Möglichkeit, direkt beim Ziehen komme ich direkt hier unten mit meinem Finger an den Bereich der Patrone heran, damit ich direkt die Indexierung habe. Das macht auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Sinn. Eine weitere Neuerung bei Höppner & Schumann ist in Bezug auf Kaidex-Material. Wir kennen jetzt hier das klassische schwarze Kaidex, ist Standard, wird von vielen, vielen Herstellern verwendet, ist, sage ich mal jetzt, einheitsbrei. Bereits seit längerem im Programm hat die Firma Höppner & Schumann auch hier dann zum Beispiel das Speedsec 4 in Carbon-Optik. Sieht eigentlich ziemlich schick aus, passt auch wunderbar hier zu meiner blauen Koppel von Höppner & Schumann. Das ist ziemlich geil, aber es gibt wieder etwas Neues und zwar Basket Weave. Basket Weave ist eigentlich eine Oberfläche, die aus dem Ledergürtelbereich kommt von den Dienstwaffenträgern in den USA. Jeder kennt es aus den amerikanischen Krimis, der Streifenpolizist mit seiner schweren Garrison-Koppel, mit seiner schweren Lederkoppel. Und die hat immer dieses gewebte Muster obendrauf auf dem Leder und das ist Basket Weave. Sieht aus wie ein geflochener Korb. Ist eine sehr, sehr schicke Oberfläche. Gibt es hier für das Speedsec 4, hier anhand des Speedsec 4 für meine CZP-10F, aber auch hier für Magazin-Pouches die Speedmark 3-2. Sehr, sehr schön, auch hier mit einem tieferen Ausschnitt, dass ich das Magazin gleich richtig gezogen bekomme. Erhältlich sind diese Produkte unter holster.de. Einfach mal vorbeischauen. Ihr findet dort auch entsprechend Koppeln, Gürteln. Ihr findet dort alle Produkte der Firma Höppner & Schumann. Das sind so die Neuerungen, die es in diesem Bereich der Firma Höppner & Schumann gibt.